Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat am Samstag zum Start des UN-Jugend-Klimagipfels in New York die Teilnehmer auf den Kampf gegen die Klimakrise eingeschworen. Das Treffen ist dem Klimagipfel mit den Staats- und Regierungschefs am Montag vorgeschaltet. UN-Generalsekretär Antonio Guterres schlopte die Jugendbewegung und ihren wichtigen Impuls. Gestern sind Millionen Menschen rund um den Globus marschiert und haben wirkliche Klimamaßnahmen verlangt, vor allem junge Leute. Wir haben gezeigt, dass wir geeint sind und dass uns junge Leute niemand stoppen kann. Am Tag zuvor hatte die 16-jährige Greta Thunberg vor Zehntausenden Menschen bei den Klimaprotesten in New York gesprochen. Weltweit waren Millionen Menschen auf den Straßen, allein in Deutschland etwa 1,4 Millionen.